Sie dienen dem deutschen Volk nämlich und nicht einer Partei. Und hören Sie auf, selbst geschaffene Probleme zu bewundern, sondern lösen sie. Hören Sie auf, die Landesverfassung mit Füßen zu treten. Es sollte Ihnen bewusst sein, dass Sie seit Jahren unsere Kinder und die Jugend verraten, indem Sie falsche Entscheidungen, wurde von der SPD angedeutet, falsche Entscheidungen treffen. Das ist ein Unrecht, weil Sie das Recht auf Erziehung und Ausbildung nach Ihren Fähigkeiten, Artikel 11 der Landesverfassung, verwehren.